Mit diesen einfachen Schritten schaust du deinen eigenen Paint-Shop zu machen. Nutze das Sandpapier 320 oder 400er Körnung, um die Airsoft vorzubereiten. Entferne sämtlichen Staub- und Fettreste oder sonstige Ablagerungen. Grundiere sie anschließend mit einer Miniaturenfarbe bzw. Spray, Acrylspray. Nimm dafür keine billigen Lackfarben. Lass es durchtrocknen, ziehe danach die Muster ab, klebe sie an die Stellen, welche du gerne hättest und versiegele diese nochmal mit der Grundfarbe, die darunter ist. Somit verhinderst du das Unterlaufen der Farbe. Anschließend sprühst du die Airsoft quasi mit der Farbe ab, wie du sie möchtest. Vergiss aber auch mal nie, dass das, was abgeklebt ist, dementsprechend weniger oder mehr dominant ist. Umso mehr unterschiedliche Farbtöne du über dieses Pattern sprühst, wie zum Beispiel einen Grünton in verschiedenen Rufen, also hell und dunkel, hast du am Ende ein deutlich besseres Endergebnis. Lass die Farben trocknen und bevor du die Folien abziehst, nutze am besten einen Föhn, um den Kleber weich zu machen. Somit schaffst du es leichter, ohne viel Beschädigung, einen sauberen Paintjob am Ende zu haben. Du kannst das Ganze nur noch versiegeln. Nutze dafür halt einen Mattlack, entweder 1K oder 2K Lack und auch diesen 24 Stunden durchtrocknen lassen. Am besten zwei Schichten drauf und somit hast du deinen Paintjob fertig.